jollo mein name ist levelnator und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen folge und zwar spiele ich heute cs go und spielmodus heute nennt sich deathmatch wir spielen auf den menschen wertige und damit würde ich sagen geht schon los und spiel mit dem es geht den ich gerade habe so das ist irgendjemand oben ich weiß nicht ob ich dazu wirklich mega viel kommentieren kann weil ja wollte ich es halt nicht kann und shotgun spielen ist sowieso mein glück habe ich den typ noch gekriegt weil mit der negges ich ja mein eben genauso machst du schön mit deutschland um ehrlich zu sein und autos bei einer autos mit berg ist ja gerade einmal erinnerung laufen nicht und so sniper ist wunderschöne waffe ich weiß nicht wieso die als positiver vergeht aber er gut doch ist ein bisschen aber ok kennt ihr diese menschen die mit autos überrascht ihr kennt mich da oben hockt einer wie sie mit der mp7 ist es mp7 mp7 und mit der ump ist man eigentlich relativ gut fucking aber gegen die kann ich nichts machen wenn die das angros kommt und ich laufe auf in deathmatch immer gegenteilig von meinem team heißt es alles klar shotgun ist jetzt mein bestes meine beste waffe und da recht steht jemand oder der schuld kommt zurück und jetzt ist ja klar jetzt ich kann gegner war es so schön spagat gemacht und hinter mir war anscheinend irgendwie irgendwas ok ich hatte anscheinend run gun ist sowas von gestern und deshalb nein ich denke halbwegs gut halbwegs gut ist es ist echt eine tolle aussage für run gun bei mir klappt das meistens sogar weil mein aim jetzt nicht so mega scheiße ist es ist von da kommt einer gesteppt ok aber reloaden 109 points geht eigentlich und da kommt ein das war klar facet so der stelle ziemlich offensichtlich ja wohl geht und da ist jetzt in der gefilter der wand und oder auch nicht die war da oben drauf schon da wurde gerade jemand gekillt oder was ok gut macht es halt so mehr punkte kriegt man immer mit dieser schönen bundesoffe muss ich und awp sind jetzt nicht so das stream team oder etwa doch oh gott war das schlecht schlecht und peinlich und darum ist es eine von uns oder ja da unten kommt einer ich habe ja auch gettet ich kriege es ist oder sowas vielleicht ich bin erst aus meinem leben wo pop der naht in awo und kann damit besser spielen als ich mit der shotgun kann wunderweilig und shotgun ist ich kann mir da ok kann mit der aber besser spürt mit der shotgun ehrlich zu sein ich hätte auch gerade einer gelaudet da hinten stand entweder scheinbar eine sniper rum oder ich weiß auch nicht in der autos das muss nur awp eigentlich gewesen sein und da war es mal mit und nicht mal mit der gerettke ich freue mich was für ein hohen das war sagt ich und shotgun nein ich und ssg ist mir eindeutig lieber oh gott war das peinlich was war das schlecht dass es gsr meine waffen kommt von deiner ja ok da oben stehen zwei das ist kacke zwei holig ich sag hier kommt einer hochgesteppt hat den habe ich da ist da kommt noch ein und das ist unser mail ist unser mail ein bisschen dumm gerade so schön getrollt jetzt weiß ich dass hier einer steht so bumm mit der bonus waffe punkte macht bringt immer schön ich komme von hier noch einer er kommt nicht rechts in der ecke verkündet sich auch wenn das heißt da oben steht einer nice teammate okay gut da unten stand anscheinend ist eine neue gespawnt neue gespawnt respawned neu gespawnt und sich das andere da ist ja so ich habe ihn noch ich habe wenigstens so so als ob war das ganz schlecht und traurig da steht eine da kommt noch einer an okay das wäre jetzt auch ein bisschen dacke gewesen hätte ich den auch noch bekommen oder unten ist anscheinend eine avp von einem teammate oder von einem anderen team da ballert einer hinten sinnlos rum der ist bestimmt nicht ob sie sich alle gegenseitig abschließend und meinem team finde ich top also zwei nein da war man aber ich habe einmal erst buchten macht er ist darum ist er kommt jetzt einer so nice dran und ich bin erster ich hätte auch mal gucken können was jetzt waffe drin habe so dass ich jetzt mit meinem team voran ist das eine gute idee oder nicht wir werden es sehen ich glaube sonst wirklich immer entgegengesetzt von meinem team und da kommt noch einer okay hier steht unser ganzes team und kämpft 414 ich bin nach vorne ist ja du kannst du dich auf 100 megapro lab ist hinter dir und ich sage hier kommt jetzt einer und zehn sekunden auch ich wurde für 68 gewinne ich die runde nicht june das sekunde ich könnte gewinne ich könnte gewinnen ich habe die runde damit würde ich sagen bedanke ich mich recht herzlich versuche meine erste folge konnte strike auf dem kanal ich bin bald level 22 ganz toll ich weiß danke ja und damit cheerio